Akkupressur wird im Bereich der Marmer und Energiepunkte angewandt. Hierbei üben Sie mit dem Daumen oder jedem beliebigen anderen Finger Druck auf den blockierten Bereich aus. Lassen Sie nach einigen Sekunden den Druck wieder los und streichen Sie den Bereich danach immer wieder aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017